Werden Sie dort gefunden, wo man Sie sucht? 75% aller Internetbesucher kaufen oder suchen Ihre Dienstleistungen über sogenannte Suchmaschinen. Sind Sie mit Ihrem Hotel dort platziert, wo man eigentlich nach Ihrem Hotel suchen würde? Stellen Sie sich einmal diese Frage und versuchen Sie, sich diese ehrlich zu beantworten. Wir kennen Netzwerkpartner, die seriös und preisgünstig sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen und Sie mit absoluter Sicherheit dort platzieren, wo Sie hingehören. Wie viel Erfolg so etwas haben kann, zeigen einige Hotels, beispielsweise das Tannenhäuschen in Wiesel mit mehr als 70% aller Besucher über Suchmaschinen oder mehr als 250.000 Page Impressions pro Monat. Wir arrangieren Ihnen die Möglichkeit, dass Sie sich mit einem unserer Netzwerkpartner einmal über dieses Thema unterhalten. Treten Sie mit uns in Kontakt, entweder über das Kontaktformular oder über den Free Call Service. Wählen Sie selbst. Ihre Iris Reimer.